Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Wie lebt man eigentlich ein gutes Leben? Ich weiß nicht, ob du regelmäßig Echtzeit hörst oder siehst und die Frage noch hören kannst. Wir haben schon vier Folgen mit dieser Frage verbracht, aber es ist auch ein großes Fass, es ist auch ein großes Thema und ich glaube, es lohnt sich, das mal gründlich zu durchdenken. Und da steckt auch eine Menge Ermutigung drin, weiterzugehen, weiterzuleben, weiterzuhoffen, weiterzuglauben. Heute das vorletzte Mal. Und wenn du von den ersten vier Folgen welche verpasst hast, dann lade ich Dich ein, die Folgen, die Du verpasst hast, nochmal anzuhören, anzuschauen, damit Du so an Bord kommst und so auf Stand bist. Also zur Erinnerung, wir haben drüber gesprochen, Folge 1, gutes Leben kann man lernen. Folge 2, wer Dich begleitet, bestimmt Deinen Weg. Folge 3, wer hilft Dir eigentlich, die richtigen Weichen zu stellen unterwegs. Folge 4, warum gutes Leben lebenslanges Lernen bedeutet. In all diesen Folgen haben wir versucht zu lernen vom alttestamentlichen König Salomo, der, der sich von Gott eine extra Portion Weisheit gewünscht hat und auch bekommen hat. Und das hat er aufschreiben lassen für seine Nachkommen. Und heute schauen wir ein vorletztes Mal rein ins Buch der Sprüche im Alten Testament, Teil 5. Wer anderen Gutes will, ist Gottes Freund. Andern Gutes wollen, das ist ja nichts, was unsere Gesellschaft einem unbedingt beibringt. Und ich weiß nicht, was Du so für Sätze gehört hast in Deiner Erziehung oder so im Kollegenkreis, im Freundeskreis. Da sagt man schon mal schnell, hey, Du musst sehen, wo Du bleibst. Setz Dich durch, setz mal Deinen Ellenbogen ein. Oder es gab mal einen Buch, Titel, brave Mädchen kommen in den Himmel, andere Mädchen überall hin. Und nein, heute geht es mir nicht um einen Appell, sei gefährlich, schiedlich, friedlich, niedlich. Sondern es geht um ein bewusstes, entschiedenes, kraftvolles, souveränes Wohlwollen für andere Menschen. Und was das damit zu tun hat, selbst ein gutes Leben zu führen und es auch gut zu finden, das schauen wir uns jetzt mal an. Aber vielleicht der Reihe nach, ich lese Dir erstmal vor, was im Buch der Sprüche dazu steht. Kapitel 3, Verse 27 bis 32. Ich lese Dir es vor. Weigere Dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn Deine Hand es vermag. Sprich nicht zu Deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich Dir geben, wenn Du es doch hast. Trachte nicht nach Bösem gegen Deinen Nächsten, der arglos bei Dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemandem vor Gericht, wenn er Dir kein Leid getan hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle keinen seiner Wege, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Gräuel, aber den Aufrechten ist der Freund. Sag mal, Frage, würdest Du Dich als wohlwollend bezeichnen? Würde Deine Familie, Deine Freunde, Deine Nachbarn Dich als wohlwollend bezeichnen? Gegenfrage, würdest Du Dich als feindselig bezeichnen? Als jemand, der seinen Mitmenschen schaden will? Wohl ganz sicher nicht, oder? Ich glaube, da sind wir alle sehr schnell und sehr klar und sehr sicher. Die meisten Menschen würden sehr entschieden Nein sagen. Und ich glaube tatsächlich, die wenigsten Menschen auf diesem Planet stehen morgens auf und beschließen, ihren Mitmenschen das Leben zur Hölle zu machen und anderen aktiv Schaden zuzufügen. Aber ein gutes Leben zu suchen, das bedeutet nicht nur anderen nicht aktiv Schaden zuzufügen und sozusagen morgens nach dem Aufstehen keinen umzubringen. Gutes Leben, das fängt schon viel früher an im Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Und für Salomon fing es da an, bei dem, wovon er jede Menge hatte, Geld. Vers 27 Weigere Dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn Deine Hand es vermag. Sprich nicht zu Deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich Dir geben, wenn Du es doch hast. Also die Messlatte hier für ein gutes Handeln, ein gutes Leben ist, wenn Deine Hand es vermag, wenn Du es doch hast. Niemand verlangt von Dir zu teilen, was Du nicht hast. Aber das Nicht-Haben ist in den meisten Fällen ja nicht das, was mich davon abhält, anderen Menschen etwas abzugeben von dem, was mir gehört, oder? Also meistens ist die Hürde doch in mir drin, ein Nicht-Wollen. Manchmal will ich es einfach nicht. Manchmal habe ich vielleicht Angst, selbst zu kurz zu kommen, manchmal sehe ich es überhaupt nicht ein, manchmal ist mir der andere egal. Manchmal hoffe ich, dass der andere und seine Not einfach irgendwie verschwindet und dass ich es ausblenden kann aus meinem Leben. Und Salomo lässt das alles hier nicht gelten. Ein gutes Leben heißt für ihn auch, Gutes mit anderen teilen, wenn man es doch hat. Und bei Salomo war das Geld. Und vielleicht ist es bei Dir auch Geld. Vielleicht ist es bei Dir etwas anderes, was Du hast und wo Du merkst, oh, möchte ich gar nicht so gern teilen. Vielleicht ist es Zeit. Vielleicht hast Du jede Menge Zeit, die Du anderen schenken könntest, aber Du hast ja diese innere Hürde, Du willst es eigentlich gar nicht. Oder Ideen, oder Zuhören, oder Motivation, was auch immer es ist, die Frage lohnt sich, was ist das, womit Gott Dich gesegnet hat? Was ist das, wovon Gott Dir ganz viel gegeben hat und was anderen dienen könnte? Und wem kannst Du davon etwas abgeben? Nicht, weil Dir pausenlos danach zumute wäre, sondern weil Du weißt, das abzugeben, das zu teilen, das gehört zu einem guten Leben und es führt Dich auch einen nächsten Schritt hin in ein gutes Leben, weil Du es doch hast, weil Deine Hand es doch vermag, würde Salomo sagen. Und dann, zweitens, schaltet Salomo einen Gang höher. Nach der bewussten Missachtung der Bedürftigkeit anderer Menschen thematisiert er tatsächlich das aktive Schädigen. Vers 29 Trachte nicht nach Bösem gegen Deinen Nächsten, der arglos bei Dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemandem vor Gericht, wenn er Dir doch kein Leid getan hat. Der bei Dir wohnt, das spielt an auf die, die in seinen Augen schwächer sind als er selbst. Also das sind so Untermieter, so wie der Mieter schwächer ist als der Vermieter, so wie die Untermieter schwächer sind als die Mieter, so wie Flüchtlinge schwächer sind als die Leute, die schon lange in dem Land wohnen. Die auf Dein Wohnwollen angewiesen sind, für die Du eine Mitverantwortung trägst. Wenn Du Führungskraft bist, zum Beispiel im Job, dann sind es vielleicht Deine Mitarbeiter. Wenn Du ein geistiges Leitungsamt hast, dann sind es vielleicht die Menschen, die Gott Dir in Deiner Kirche, in Deiner Gemeinde anvertraut hat. Der Weg zum guten Leben kann für Dich nicht funktionieren, wenn Du das Schlechte für andere anstrebst oder in Kauf nimmst, die Dir anvertraut sind. Wenn Du Dich insgesamt freust, dass es andere schwer haben, und sei es nur, dass es ihnen vermeintlich so endlich mal so richtig recht geschieht, dann trachtest Du nach Bösem. Das ist die biblische Messlatte. Also wenn ich innerlich mich daran freue, dass ein anderer mal so richtig auf die Fresse kriegt und so richtig gegen die Wand fährt, und sei es nur, weil ich denke, er hat es verdient, dann trachte ich eigentlich nach etwas Bösem. Und das führt mich nicht zu einem guten Leben. Und dann sagt Salomon noch, geh nicht mutwillig ins Gericht mit anderen. Ja, damit ist damals zunächst das tatsächliche Verklagen gemeint. Und wie viele Nachbarschaftsstreits in Deutschland verlaufen tatsächlich so. Da sind wir als Nation ja ein bisschen berüchtigt für. Aber ich finde, auch im übertragenen Sinn wird ein Schuh draus. Wenn Du in Deinen Gedanken jemanden verklagst und über den oder die andere denkst, was für ein Idiot. Ich hoffe, die fährt mal so richtig gegen die Wand. Dann bist Du nicht mehr auf dem Weg, der Dich zum guten Leben führt. Und Gott gönnt Dir aber diesen Weg, der zum guten Leben führt. Gott gönnt Dir das gute Leben. Dem anderen übrigens auch, aber Dir auch. Und dann geht Salomons Eingemachte. Von der Überheblichkeitsschwäche nicht zu lindern, obwohl es möglich wäre, über das aktive Gefallen finden daran, dass andere es mal so richtig schlecht haben, dass andere Schaden haben. Jetzt geht er nach innen, zu dem Neid in uns selbst drin, dass es anderen besser geht, obwohl die es doch eigentlich gar nicht verdient haben. Da muss man schon sehr ehrlich sein, um sowas über sich selbst zu sagen. Vers 31. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seine Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Gräuel, aber dem Aufrechten ist der Freund. Das Bild oder die Wirklichkeit, die auf die Salomo sich hier bezieht, ist die, ja, in unserer Welt gibt es manchmal und immer wieder die Tatsache, dass die Skrupellosen und die Ruchlosen, die sich einfach nehmen, was sie kriegen können, tatsächlich am schnellsten vorwärts kommen. Und eine menschlich verständliche Reaktion darauf ist, es ihnen gleich zu tun. Wenn die vordrängeln, dann mache ich das auch. Wenn die sich im Job einen unlauteren Vorteil verschaffen, dann darf ich das doch auch. Wenn die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ja, dann bräuchte es ja auch nicht mehr zu tun. Und Salomo warnt, sei nicht neidisch auf den vermeintlichen Erfolg von anderen, die es in deinen Augen nicht so verdient haben. Folge ihnen nicht auf krummen Wegen. Bleib auf deinem Fahrt zu einem guten Leben, egal was passiert. Auch wenn andere, die auf ihren Abwegen unterwegs sind, mehr Erfolg, mehr Schönheit, mehr Gesundheit, mehr Geld haben als du. Denn all das, Schönheit und Geld und Erfolg und Gesundheit, all das ist kein Zeichen für Gottes Zustimmung und für Gottes Rückenwind. Gott ist ein Freund der Aufrechten, sagt Salomo. Ganz ehrlich, das finde ich manchmal echt schwer auf dem Weg zum guten Leben. Das zu sehen und das auszuhalten, andere positiven Blick zu behalten und ihnen auch in meinen innersten Gedanken etwas Gutes zu gönnen und nicht zu denken, der Idiot, endlich hat das mal gekriegt, was er verdient. Und auch nicht neidisch zu werden auf die, die Abkürzungen nehmen, die immer vorne am Bühnenrand stehen, die immer groß rauskommen, sich um all das nicht zu scheren scheinen und am Ende doch irgendwie besser dran sind als ich. Ich finde das manchmal schwer auszuhalten. Aber ich kann von Salomo lernen, dass es das wert ist, das aushalten zu lernen. Ich kann von Salomo wahres Wohlwollen für andere lernen. Denn Gott ist ein Freund der Aufrechten. Willst du es mit mir lernen? Dann bete mit mir. Und mach deine Worte, oder mach meine Worte, die du mich sagen hörst, zu deinen, in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Herzen. Und Gott wird es ernst nehmen, wenn du es ernst meinst. Wir beten. Gott, wenn ich ehrlich bin, dann sind da so viele Leute, denen ich Gutes tun könnte, aber ich kriege es nicht hin. Und ganz ehrlich, manchmal will ich es auch einfach nicht. Und dann sind da Leute, mit denen ich ungeduldig bin, auf die ich herabsehe, die ich kritisiere, die ich verachte, wenn ich ehrlich bin. Und dann sind Leute, auf die ich neidisch bin, weil sie Abkürzungen nehmen, weil sie sich um vieles keine Gedanken machen, wo ich mir so viele Gedanken mache, und die trotzdem irgendwie groß rauskommen. Gott, ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir in der nächsten Zeit, wirklich wohlwollend über die zu denken, mit denen umzugehen, bei denen ich es am liebsten mal so richtig eskalieren lassen würde. Amen. Hey, wie geht es dir mit diesem Thema? Wohlwollen für andere. Wie lebst du das? Wie erlebst du das? Und wo stößt du auch gegen deine Grenzen? Wo hat dir diese Echtzeit-Folge vielleicht neuen Mut gemacht, da was zu wagen, einen Schritt weiter zu kommen, auf dem Weg zum guten Leben? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und ich möchte es gerne mitgeben in die nächste Zeit, ganz kurz, ganz simpel, ganz knapp. Wer anderen Gutes will, ist Gottes Freund. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Ein Podcast mit Jörg Dechert